Kennen Sie das Problem vom anstrengenden Reinigen der Aquariumscheiben? Damit ist jetzt Schluss. Hier die Lösung. Der ABC. Ein Wunderwerk der Technik. Deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Ausgestattet mit dem besten Motor seiner Zeit. Er verfügt über einen Mikrocontroller und eine Haarbrücke, die ein optimales Reinigungsergebnis ermöglichen. Ja leck mich fett ist die Scheibe sauber geworden. Aber glauben Sie nicht mir, sondern unserem Experten. Prof. Dr. Med. U. Phil. Bob. In der Tat wurde dieses Gerät dazu entwickelt, die herkömmliche Putzkraft von normalen Aquarium- und Fensterscheibenbeinigern zu verbessern. Bestellen Sie jetzt für nur einmalig 149,95 Euro und erhalten Sie das Vorgängermodell gratis dazu. Aber warum unseres? Unser Produkt ist in der Lage sich zu drehen, während das Vorgängermodell in der gleichen Zeit nichts tut. Was? Sie glauben uns immer noch nicht? Dann fragen Sie doch unseren Mocker, äh ich meine Kunden, was er von unserem Produkt hält. Hey Kunde, wie findest du es? Hier nochmal das Angebot. Ein Aquavino-Cleaner. Für nur einmalig 149,95 Euro. Gratis dazu das Vorgängermodell. Einen vertrockneten Strauß Rosen, sowie ein Esoterik-Duftstäbchen-Set. Schnell, rufen Sie bei uns an, denn dieses Angebot gilt nur für die ersten 5371 Anrufer. Halt, warten Sie, ich bekomme gerade eine Einmeldung rein. Soeben wurden 2334 Stück verkauft, also greifen Sie zum Hörer und rufen Sie bei uns an. Vielen Dank.